Wir können doch gar nicht genau wissen, wo die Potenziale von VR sind. Das ist gerade ein neues Feld, auch für alle, die Content produzieren, aber ich glaube, es wird vor allen Dingen Begegnungen zwischen Menschen auf eine neue Ebene bringen. Virtuelle Realität ist eigentlich nur der Anfang von einer Revolution, die uns alle betrifft. Also in zehn Jahren wird das eine grundlegende Veränderung unserer Lebenswelt mit sich bringen, die noch über das hinausgeht, was das Smartphone schon gemacht hat in den letzten sieben oder acht Jahren. Was mich am meisten von VR interessiert, ist, wie es in Videospielen und Filmen angewandt werden kann, um neue und andere oder tiefere Erfahrungen zu bieten. Wir haben erst ein paar Grundlagen kennengelernt zu Virtual Reality. Wie funktioniert das überhaupt, wie dann uns damit beschäftigt, wie wir denn selbst Inhalte erstellen können und sind ein bisschen mit 360-Grad-Kameras durch die Ausstellung hier gegangen, haben Aufnahmen gemacht und haben somit unsere eigenen Inhalte produziert. Es gefällt mir halt so gut, weil es einfach die Zukunft auch betreffen wird und da bin ich mir sicher. Und auch so ist es einfach cool, mal in andere Welten einzutauchen, also so wie in die Welt von morgen sozusagen. Wir dürfen das hier live erleben und können das mitgestalten und neue Ideen entwickeln dafür. Hoffentlich in den nächsten zehn Jahren richtig boomen wird. Den Workshop würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Es waren tolle zwei Tage, in denen ich sehr viel gelernt habe, in denen ich viel ausprobieren konnte, sehr viel selber auch machen und eigene Inhalte erstellen. Das war unglaublich praktisch, unglaublich toll und deshalb auf jeden Fall empfehlenswert. Dürfen 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 Dürfen